Wenn Charles am 6. Mai zum König gekrönt wird, ist er 74 Jahre alt und damit älter als jeder andere britische Monarch bei seinem Amtsantritt. Nur Royal-Fans in fortgeschrittenem Alter erinnern sich noch an seine Jugend, als der junge Prinz den Mädchen die Köpfe verdrehte. Dank seines ranghohen Royalen-Status stand König Charles III. schon immer im Rampenlicht und legte schon früh zahlreiche öffentliche Auftritte hin. Dabei machte der Prinz vor allem in seinen Zwanzigern eine äußerst gute Figur. Mal erschien Charles lässig bei einem Polo-Match, mal posierte er in einem schicken Anzug für die Fotografen. Das richtige Lächeln für die Fotografen hatte der Prinz schnell gelernt. Kameras waren Charles stetiger Begleiter, wie auch hier bei einem Besuch in Rio de Janeiro im Jahr 1978. Auf einer Party schwang er kurzerhand mit einer Samba-Tänzerin die Hüften. Zum Schluss haben wir noch seltene Fotos von Charles mit Bart, genauer gesagt mit einem Schnurrbart. Sie entstanden 1975, als er zum Großmeister und Principal Knight des Beth Ordens ernannt wurde. Hinter ihm geht seine Mutter, Königin Elisabeth II.